Verstärkte Messer. Dadurch. Trinity trifft ein, eine zweite Gruppe macht sich auf die Suche nach Lophis. Wo sind denn die Patrouillen, wenn ich fragen darf? Darstellung einer Rebellion, Honoratus Aufstand. Stinkt das. Das muss der Ort sein, den Edsley meinte. Ach du Scheiße. Und da sind auch Tote, die noch gar nicht so lange tot sind. Ganz ruhig, Lara. Ganz ruhig. Genau, Lara. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ist das widerlich. Oh, ich glaube, mir wird schlecht. Hey! Ich glaube, ich bin ein Schuss. Nein! Oh, ich glaube, mir wird schlecht. Okay, keine Hektik. Kick einfach runter! Dadurch merkst du dann auch, wie tief es ist. Du schaffst das. Jaja, ich glaub fest an dich. Mach einfach. Rituelle Opfer. Ja. Ja! Der Krim ist echt schlecht. Ach, müssen wir heute noch ne Stunde? Äh, gehen wir einen Cut machen? Ja! 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 Oh, toll! Ich hab wohl keine Wahl. Das ist englisch. Kannst du drüber nachdenken? Ist das einer der Rebellen? Es gibt irgendwo einen Zugang. Eine Schlange mit einem silbernen Auge. Ich bin auf der richtigen Spur. Ja, da durch. Der Geruch wird immer stärker. Lara, wie läuft's? Jonah, hier ist noch eine Schlange mit einem silbernen Auge. Ich muss dicht dran sein. Über Tattoos? Ja, du hast doch Honoratus gesehen, oder? Es zeigt ein Reihe und eine Eklipse. Das könnte mit der Schatulle zusammenhängen. Glaub ich nicht. Häpple. Sieht aus, als wär's der einzige Weg, okay? Die Barriere muss verbrennen. Mit den Urnen tränken Sie die, irgendwie muss ich die Barriere niederbrennen. Voller Öl und Blut. Wann das Öl brennbar wäre. Ich will erstmal hier noch ein bisschen gucken und sammeln. Sieht wieder aus wie Mom. Darstellung einer wartenden Person. Warten. Irgendwie muss ich die Barriere niederbrennen. Jaja. Achso, das muss schnell passieren. Moment. So. Die Barriere ist unten. Ich muss weitergehen. Ich will jetzt erstmal ein bisschen runterkrabbeln. Wer hatte denn gesagt, dass du zu Pseilen sollst? Ah. Ist das so eine Art Adalaskammer? Eine Barriere. Hm. Irgendwie muss ich das zweite Rad drehen. Was? Es müssen hunderte Opfer nötig gewesen sein, um diese Kanäle mit Blut zu füllen. Zu schwer. Ich brauch mehr Drehmoment. Was? Irgendwie muss ich das zweite Rad drehen. Hm. Irgendwie muss ich das zweite Rad drehen. Wir füllen. Wir füllen Karschen. So nicht, ne? So nicht, ne? So nicht, ne? So nicht, ne? Ich schau mal, was passiert Verdammt, es fließt zur falschen Stelle Okay, ich mach' einen kurzen Cut, Moment